Herzlich Willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir gehen jetzt zur Party, zur Geburtstagsfeier. Okay. Dann los. Zwei, zwei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich... Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du... groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast du ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich... Ich komme sofort nach. Das ist wichtig. Dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Das sind wir jetzt wohl angekommen. Das letzte Mal, was ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Happy Birthday, Jackson. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer. Und ich war der einzige Gangster. Aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Ich weiß noch, du und Mami wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige. Ich plappere. Ich sammle hier ein bisschen Zeug ein. Ach, ehrlich? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind sie? Und was wollen sie? Fühlst du dich sicher, Niki? Hm, wer mag das wohl sein? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. So was kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Niki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Oh Mann, wie kann man nur? So ignorant. Wollen wir dich mal finden, mein Guter? Es gibt ein böses Erwachen. Garantiert. Nicht von mir. Den kriege ich. Der haut keine 5 Meter ab. Ich bin unterwegs, mein Freund. Hallo. Scheiße. Komm, 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 komm. Sonntagsfahrer. Komm schon. Ja. Tut mir leid. Ich habe überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich habe ihn gerettet. Äh. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Ähm. Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung geschlebt. Ich kann nicht nicht hören. Du kannst nicht genau hören. Jetzt gibt es einen auf die Fresse. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Komm schon her. Dich schalte ich aus, mein Freund. Ja, die Kondizei vielleicht. Wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Komm schon. Habe ich dich. Jetzt geht es eine in die Fresse. Dann packen wir mal sein Telefon. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlöcher erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Einer der Hintermänner erwischt. Wer hat dieses Beschlag bezahlt, um Nicky zu belästigen? Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit Dadshack? Ich brauche die CTO Essex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loopbezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. Betzik hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ja, mein Freund. Ich mache Stress. Akt 1 Mission beendet. Skillpunkt. Ah, Hochbahnsteuerung. Immer gut. Neh, man. Blum heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Deine Kutsche wartet. Na, aber immer doch. Und einsteigen. Wo müssen wir denn hin? Ach, unweit von hier. Geh mal, mein Freund. Mach ich nicht mal lieber aus. Ach, Wallab. Hier fahre ich hin und rein. Das war so nicht ganz beabsichtigt. Dann kaufe ich mal ein. Ja, das kann ich mir nicht ganz leisten. Das ist auch nix. Das ist alles. Ich kann mir fast gar nichts leisten. Ja, doch, das hier geht. Ansonsten Munition ist voll. Okay. Okay, ähm... Scharf jetzt ein Gewehr. Habe ich keine. Schlüssel, kann ich mir keine reißen. Sturmgewehr. Das geht. Und Munition ist auch schon voll. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTO-S-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivisten-Gruppe Gentsack erhöht. Auf die Frage nach... Ich starte trotzdem einen kleinen Besuch ab. ...Stimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Weshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTO-S-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in die gefährlichen Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Herr Gardner, sind diese Wachleute, ob sie die Bezug nehmen, sind die persönliche Regionen der Führung der Vergangenheit. Ja, wir haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht vertreut, wenn die Ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTO-S-Netzwerk wird gut bewacht und somit erhalten die Bürger die Sicherheitsbehörde. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Hm, ich würde sagen, das reden wir doch mal ein bisschen über Hex. Das kann ich sprengen. Lass mal sehen. Hier kann man den Alarm auslösen. Auch einmal die Kamera wechseln. Kann ich hier irgendwas sprengen? Ja, ihn kann ich sprengen. Komm schon, mein Großer. Geh drauf, 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 komm. Verdammt! Yes! Das hat ihn erwischt. Ja, das Teil kann ich auch in die Luft jagen. Ich hab hier nicht. Ich geh da rüber. Ich hab ihn erwischt, aber nicht perfekt. Da haben wir eine Kamera. Vielleicht kann ich ihn anlocken, indem ich den Gabelstapler bewegge. Hier ist nichts zu sehen. Ich geh weiter. Halt auf! Kommt alle her. Alle her. Alle her. Alles sauber. Hier ist nichts zu sehen. Ich geh weiter. Verdammt, hier kommen nicht alle. Und zumindest einen. Lässt sich noch irgendeiner sprengen? Ja, der hier. Den hier kann ich hacken. Zugangscode. Ich werd mich ab der nächsten Folge mal drum kümmern, dass es nicht mal leckt. Hier stimmt irgendwas nicht. Aber es hat schon funktioniert. In der letzten Folge. Aber ich hab ne Weile nicht gespielt. Irgendwas stimmt nicht ganz. Ah, ist nicht so tragisch. Hoffe ich zumindest. Da kann ich doch kurz sprengen. Aber ich muss irgendjemanden herkommen lassen. Den Kran kann ich runterfallen lassen. Bringt mir nix. Das hier kann ich sprengen. Komm. 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 Komm rüber. Komm schon. Noch ein Stück. Zwei. Drei. Und go. Verdammt. Ein bisschen Ablenkung für den. Vielleicht erwische ich den da hinten. Hier ist es nicht erwischt. Ich hoffe, dass es nicht das, was ich denke. Guck mal. Hm. Ja gut, im Gebäude ist ja gar niemand mehr drin. Ich hätte da gerne jemanden angelockt. Ich kann ja vergessen mittlerweile. Muss ich doch zu Fuß sein. Hintrigel ich die Nummer mal. Und sag den guten Leuten mal. Guten Tag. Hm. Komm schon. Hoch. Lift. Jetzt lassen wir mal sehen, welchen Weg wir am besten gehen. Position ist voll. Passt. Ja, aber ich bin hier oben. Jetzt muss ich mal ein bisschen entriegeln hier. Und Gas geben. Das passt. Auf geht's. So rum. So rum. Entriegeln. Und zack. Und das nächste geht so. Und so. Und zack. Was kommt da jetzt? Wie geil. Ich kann nicht mehr. Richtig krass. Zack. Und jetzt schlitz ich dir die Kehl auf und quetsch deinen Kopf ins Gewürzregal. Ja, ja, mein Hase. Mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Okay? Okay, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Du blöde Fotze. Geil. Hintrigel ich mir mal. Nachte. Ich bin dran. Was? Du meinst, du bist im CTO-S? Jetzt schockt. Ich sehe mir gerade das Netzwerke. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernen. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Witzag. Das könnte sicher von Vorteil sein. Ja, glaube ich auch. Da könnte ein Fixer-Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Oh, oh. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Niemand will dir was. Schall gedämpft. Sehr schön. Ah, wo haben wir noch welche? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles in vollster Ruhe. Haben wir da den nächsten erledigt? Was hat denn der bei sich? Pistolen. Munition. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, dann öffne ich dem mal das Tor. Und keine Waffe mehr. Und raus aus dem Bezirk. Der Pist gegen die Wand. Soll er halt. Bezirkszugang freigeschaltet. Ja, Mann, Ruf. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Team mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sag dir, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Musst einen Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Ah, mal wieder Lieferjobs. Na, klasse. Ich bin höchst begeistert. Da haben wir da hinten also unsere nächste Mission.